Da, ein Flugzeug, sagt Jonathan Pang. Ein kleines Flugzeug, keines von den dicken Luftfrachtern, die hier bald hereindonnern sollen. In Zukunft, sagt er nun schon zum dritten Mal, in zwei bis drei Jahren kommen sie hier Schlag auf Schlag. Dann können wir nicht mehr einfach so auf die Landebahn. Wieder nur Kleinzeug, aber Pang ist begeistert von seiner Vision. Die großen Tanklaster sind schon da, für die Jumbos, die noch kommen sollen. So, wir wollen jetzt über die Piste. Der Feuerwehrchef hier ist jetzt zugleich Pangs Fahrer. Netter Job, netter Chinese, sagt er. Ausgerechnet dieses vergessene Rollfeld bei Parchim will Pang zu einem Drehkreuz für Waren aus China machen. Hier sollen sie einschwärmen, die chinesischen Fracht-Airlines ausladen, auftanken und dann weiterfliegen, unter anderem nach Afrika. Sein Konzept passt voll in Chinas Afrika-Strategie. Das OK der Parteispitze in Peking erwartet er für Dezember. Und in Nigeria hat er noch so einen Flugplatz. Sehnsucht nach Fluglärm in mecklenburgischer Stille. Alle wollen Jumbos sehen. Doch so schnell geht das nicht. Genau wie bei der Eröffnungsfeier. Pang lädt ein, alle sind da. Minister der menschenärmsten Provinz in Deutschland und aus der menschenreichsten Provinz Chinas der Vize-Gouverneur. Verträge und Fliegerabzeichen für alle. Nur die Jumbo-Landung, die klappt erst nachts. Da sind alle längst wieder weg. Wir brauchen für diesen Airport Zollhallen und alles, was man für ein Logistikzentrum so braucht. Der Chinese will ein Schaufenster Asiens in Parchim einrichten. Die Flächen rund um die Landebahn sollen bebaut werden. Mit Fracht-Terminals, mit riesigen Hallen für Endmontage. Auf chinesischen Produkten soll Made in Germany draufstehen. Die größte Logistikmesse Deutschlands in Berlin. Pang trifft seine Partner. Die sind beeindruckt von der Logik seines Planes. Der chinesische Elite-Kader weiß, wie Pekings Politik tickt und jeder hört hin. Peking, so raunt er gerade, bewegt sich jetzt sogar in Umweltfragen. Die Art und Weise, wie Herr Pang das vorgetragen hat und die Kontakte, die wir zwischenzeitlich hatten mit unseren chinesischen Kollegen, die ja auch vor Ort sind, darüber nachzudenken, dass China ja eine sehr, sehr maßgebliche Rolle zukünftig spielen wird. Erstmal vom Absatzmarkt als auch vom Produktionsmarkt sind wir der Überzeugung gekommen, dass das eine Art ist, das Geschäft wieder zurückzubringen nach Deutschland. Und die Handelsbeziehungen zwischen dem Land China und vor allem Deutschland und dem europäischen Markt zu forcieren. Für manchen Parchimer ist der Chinesis schon jetzt ein Glücksfall. Er hier ist im Logistikgeschäft. In ein paar Tagen soll ein China-Jumbo kommen. Und wie viele Parchimer will auch er, dass Pang den Lärm der Weltwirtschaft herbringt. Ob das jetzt der Pang ist oder irgendein anderer Chinesis. Also China ist, weiß ja jeder, ist ja aufstrebende Wirtschaftsmacht und da kommt auf jeden Fall was. Deswegen glaube ich schon, dass das jetzt hier auch seriös ist und auch die entsprechende Kraft dahinter steht. Landratsamt Parchim. Die Behörden tun alles für ihn. Sie haben ihm sogar ein Büro bereitgestellt. Von hier aus sorgt er für Fracht. Chinas Nordwest-Airline will er als erstes herholen. Hier, der Bundespräsident, sagt er. Gerade neulich am 3. Oktober, Tag der Einheit. Ich war in China, aber er ist hier gelandet, auf dem Weg nach Schwerin zur Feier. Das Geschäft wird allmählich losgehen. Es ist nicht so leicht, aber wir sind ja schon dabei. Gelingt sein Plan, dürften die Parchimer ihm irgendwann ein Denkmal setzen. Doch bis dahin bleibt sicher noch viel Tischfliegerei.